Die Berner Chronik ist eine von Diebold Schilling dem Älteren verfasste Chronik der Burgunderkriege in der Tradition der Schweizer Bilderkroniken. Sie wurde am 31. Januar 1474 vom Schultheißen Adrian I. von Bubenberg und vom Rat der Stadt Bern in Auftrag gegeben als Bericht von dem Angefange, als die Stadt Bern gestift ist und zu FF den hüttigen Tag. Unter Benutzung der 1420 verfassten Stadtchronik Konrad Jastingers und Arbeiten von Hans Fründ und Bendig Schachtlen schrieb Schilling bis 1483. Die amtliche Chronik der Stadt Bern Die beiden ersten Bände decken die Zeit von der Gründung Berns bis 1468 ab, der dritte widmet sich der Burgunderzeit. Sie werden in der Bürgerbibliothek Bern aufbewahrt. Der bebilderte Entwurf zum dritten Bend der amtlichen Schilling-Chronik ist als große Burgunderchronik bekannt. Sie wird in der Zentralbibliothek Zürich aufbewahrt. Die Spitzer Chronik entstand im Anschluss an die amtliche Chronik und enthält eine gekürzte Textfassung. Berner und Spitzer Schilling enthalten gemeinsam weit über 1000 Abbildungen. Gustav Tobler veröffentlichte die Berner Chronik 1901 im Auftrag des Historischen Vereins des Kantons Bern. ... ... ...